Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu unserem ersten Display-Opening. Wir sind sehr aufgeregt, weil wir auf einen Game-Changer hoffen. Ja, hier ist Euro. Booster-Anzahl. Das machen wir jetzt auch auf. Der Siedel ist auch noch dran, aber wir schneiden uns das schmitten. Ja, wir holen heute zwölf Booster raus. Ja, hier seht ihr das. Man kann das jetzt, glaube ich, nicht mehr reintun, oder? Nein, ich will es nicht machen. Ist doch egal. Jetzt sehen wir heute erstmal... Kann man ein bisschen weiter hier rüber? Bitte in die Kamera. Was lassen wir drin? Okay, schieben wir nach hinten. Ja, war kaputt. Zählen wir durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ich habe jetzt sechs Booster. Du hast jetzt sechs Booster, würde ich sagen. Fange ich auch direkt mal an. Die Büsse sind irgendwie dicker an, finde ich. Hier sind ja auch mehr. Da wird schon mehr als ein Blitzker, das hier in der Hand halte. Oh, der Papier. Lukaku, das ist auf jeden Fall weiß ich dahinter. Mann, hier ziehst du schon zum fünften Mal. Ausdorf, Spanien, Dimitri Komarov, Dimitri, Benouni und Canezi. Auch wieder so ein Stapel. Leinabsch gehört einfach zu Indas. Okay, die Indas sind die normalen. Manuel Neuer. Logos auch. Logos zu den normalen machen, okay? Pavel Kadabarek, Matuidi Dynamo, Line-Up von Kroatien, Österreich-Wappen und Ich-Rose-Hole-Bass. Holle-Bass, 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 Holle-Bass. Nächstes, Misterbooster. Glubsch-Auge. Glubschi, Glubschi. Ach, Özil. Özil, ja, früh gemerkt, ne? Frosch-Auge. Buffon. Nicht füllen. Serbien, Matic, Tompila. Ich tippe auf Goldstopper auf jeden Fall. Ja, ich auch. Oder Jan Oblak. Den ganz. Ja, der war scheiße. Couture, Gold, so warst du den? Hatten wir gerade auch schon mal, oder? Nein. Hast du den? Keine Ahnung. Ich hab den auf jeden Fall nicht. So, dann machen wir gleich mal weiter. Die sind für den normalen, die Logos. Nein, wir können das alles auf einen Stapel hier. Und die Logos da hin. Also auf jeden Fall ist das hier schon mal. Jack Wilshare. Steven Lord. Oh mein Gott, Mann. Wir ziehen nie diesen von Griechenland. Da haben wir James Mühner. Line-up von Slowenien. Und Erkin, aber was noch was. Kana Erkin und James McLean. Zwei Irmin. Ich weiß, wenn ich frag keine. Schon wieder ein deutsch. Schon wieder Boateng. Man zieht immer ein deutsch nebenweg, irgendwie. Boateng, Kale, Turan. Du möchtest dich einfach hier drauf, ne? Jetzt fällt... Oh. Jawohl, da ist das Ding. Zum dritten Mal erst. Scheiße. Burak Yilmaz, jawohl. Den zieht man irgendwie so selten, habe ich das Gefühl. Und Lallana. Hab zum Trading Cuts auch gesagt. Nein, nein. Die mussten so, egal. Die Logos doch nicht. Doch, die sind keine. Das ist nichts Besonderes. Okay, dann machen wir mal den nächsten. Haben aber ihre eigenen Seiten. Hm? Aber die Logos haben ihre eigenen Seiten. Ja, die Mannschaften auch. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Rising Style drin, den ich gleich schon sehe. Es ist Raheem Sterling. Ja, den brauche ich noch. Line-Up von Belgien. Rumänien Wappen. Wir brauchen auf jeden Fall das Tschechien Wappen. Axel Witsel, David Alaba und Andrea Pielo. Axel Witsel. Nächstes Buster. Zerra. Oh. Makiso, der altbekannte. Oh, ich weiß, ich sag, ich sag, ich hab nur so geguckt. Es ist der bräune One-to-Watch. Kiso, Koyuka und der bräune One-to-Watch habe ich auch. Rumänien Line-Up. Frankreich-Club-Badge. Und wenn er I. Normal, normal. Insatz. Insatz. So. Mir, dieser Name. Ojan Haskiort Nieland. Nieland? Keine Ahnung. Stefan Lichtsteiner. Dusan Tadic. Sergej Ignacevic. Ich hatte einen Scheißnamen hier. Marco Verratti. Und Defensive Frog Vincent Company. Brauchst du noch? Den hab ich mir jedenfalls noch nicht. Okay. Den auch noch nicht. Den hat aber ich den auch nicht. Das Buster. Oh, okay. Game Changer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Endlich. Game Changer. Robert Lewandowski. Was ist das? Freunde, ich wollte gerade sagen, das ist ein Game Changer. Ich wollte gerade fühlen. Oh du Ohmut, Bullut. Was ist das für ein Scheiß-Dreck-Speck? Ach du Scheiße. Ich kack ab, Freunde. Was ist das für ein Dreck? Hamzig. Und der Rest ist mehr Schnuppe. Das ist so geil. Endlich diesen Scheiß-Game Changer. Und dann noch Robert. Der einzig wahre Robert. Robert. Das ist wirklich ne Einzelplätze, weißt du was? Das ist wirklich ne Einzelplätze. Ich kack ab, Freunde. Isco. Meine Schöße. Chiro Immobile. Das ist was Gott. Ziehen wir jetzt gleich noch einen an. Ibrahimovic. Ich hab mich vergraben gehen. Kosache. Kosaki, wie immer. Und Dzeko. Nächster Game Changer. Nein. Nächster Game Changer. Lulic. Das ist ein... Game Changer. Das ist ein... Wir machen jetzt mal so, wir müssen uns raten. Oblak. I.I.S. da. Ja, I.I.S. Und do watch. Line up. Posten. Jetzt hab ich die erste Seite voll. Warte. Du warst ab. Das war's auch für das Video. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.